Und nun ein Tendu aus der fünften Position. Vor und schließen. Vor und schließen. Vor und schließen. Pliege. Ganz eng mit der fünfte. Und rück. Pliege. Schließen. Und seit. Seit. Und das gleiche mit GD. Und eins. Und schließen. Eins. Und eins. Und kap. Und eins. Und eins. Pliege. Eins. Und schließen. Und eins. Schließen. Eins. Schön eng mit der fünfte. Pliege. Und rütteln. Lütteln. Lütteln. Und pliege öffnen. Und dann die andere Seite natürlich. Lütteln. Lütteln. Lütteln.